Agar-Agar. Agar-Agar wird verwendet als Nahrungsergänzungsmittel, es wird verwendet als Quellstoff, es wird verwendet auch in der Chemie, Biochemie, zur Herstellung von Nährlösungen. Agar-Agar ist eigentlich ein Produkt aus einer Meeresalga aus Ostasien, und zwar gehört diese Meeresalga aus der Agar-Agar gewonnen wird, zur Gruppe der Rotalgen. Agar-Agar enthält wertvolle Spurenelemente. Man kann es also nutzen als Nahrungsergänzungsmittel, um die Darmpassage zu verbessern. Agar-Agar kann der Verstopfung entgegenwirken. Agar-Agar ist in der Naturheilkunde auch etwas, was eingesetzt werden kann, anstelle von Gelatine zum Kochen. Das heißt, es ist zum einen etwas, was für Veganer gut ist. Anstatt Gelatine verwendet man das pflanzliche Agar-Agar. Gelatine wird ja häufig hergestellt aus tierischen Produkten, typischerweise aus Fleischabfallprodukten. Und Agar-Agar ist eben etwas, was aus Pflanzen hergestellt wird und außerdem gut ist für den Körper, hat gute Wirkungen. Agar-Agar kann aber auch bewusst eingesetzt werden, um Verstopfung entgegenzuwirken.